willkommen zurück zu let's play minecraft agrarian skies so es geht weiter mit den wunderbaren storage dingern me 64k storages brauche ich mal noch 1 2 wir haben wir den storage cluster müssen uns bauen 1 2 3 ich habe noch zwei plätze egal könnte es trotzdem alle bauen die wir hinkriegen so dann muss mir das ding hier bauen also 1 2 mal hätte ich 1 2 mal für anfangen ich kann sogar 3 ich hätte sogar einen dritten baum ich kann einen dritten bauen nehmen einen dritten mit so ist das systeme erst mal ein bisschen ja da ist ja so wieder ein bisschen platz im system dann kann ich noch ein ich baue mir noch ein kommen was soll das kostet die welt ist ja nicht so dass ich da nicht ewig für gewartet hätte dass ich das hinkriege aber nö so jetzt muss ich doch mal gucken dieses 64 m storage 64 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 der quilogramme πολensIVafrist im lakrise versteht es viel noch mehr storage EV16 m's me16 m ev16 m das Das ist 1, 3, 9, 27, 27 Kilo Storage Cluster brauche ich. Okay. Wie viel Kilo Storage Cluster kann ich mir jetzt schon bauen? Nee, keine, weil in der Mitte was fehlt. Kilo Storage... Es fehlen Diamanten? Ernsthaft? Boah. D-d-d-d-d-d-d... Oh, Diamanten sind auch schon fast auf. Ich muss tatsächlich mal hier meine Produktion erhöhen. Krass. Ich würde dann so viel gebraucht. Das ist schon extrem. Okay. Sollte ich vielleicht mal angehen, dass das hier schneller geht. Ich könnte entweder hier noch eine Reihe neben setzen. Das will ich aber eigentlich nicht. Eigentlich reicht mir das. Eigentlich ist das zu gut. Hier zum Beispiel ist noch... Kommt gar nichts an. Das ist schon mal das eine Doofe. Die sind hier, glaube ich, nicht schnell... Teilweise nicht schnell genug. So. Ich meine, hier ist voll. Hier ist gar nichts drin. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Was ich machen kann. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Wo kommen Diamanten raus? Diamant... 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 So... Diamant. Das kriegen wir aus... Gravel tatsächlich. Interessant. Mit einer Chance für eine Prozent. Ja gut. Diamant und Redstone war das andere Problem. Redstone... Da gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten, das zu kriegen. Welchen Notblock? Aha. Red Herring. Was auch immer. Die Stabilized Queen. Natürlich. Okay, hier haben wir Redstone aus Dust. Okay, mit Dust ist natürlich blöd. Da ist voll... Da ist auch... Okay, Dust läuft eigentlich vollkommen super. Sollte eigentlich genug Redstone wegkommen. Ich könnte höchstens noch so ein Ding daneben setzen. Aber das ist ja extrem. Ich kann natürlich auch... Nein, 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 lassen wir das erstmal so. Ich könnte für... Ich habe hier noch jede Menge Gravel. Den könnte ich theoretisch da anschließen. Einfach den Gravel hier rüber bringen. Unterirdisch. Mit da rein. Das heißt, ich müsste hier mal aufmachen. Mal runter gucken. Sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt saugt das Ding da ein. Blöd. Okay. Und dann den hier einmal rüber bringen. Ich muss den hier vorne raus bringen. So. Jetzt brauche ich mal ein paar Item Ducts. Item Ducts und ein Servo. Item D. So. Annehmen wir gleich alle. Und ein Servo. Servo. Da ist es doch. Pneumatik Servo. Wupp. Okay. Dann machen wir das halt mal so. Wenn er schon sagt, er braucht mehr, dann geben wir ihm mehr. So. Oh. Scheiße. Okay. Deswegen funktioniert das so nicht. Ich habe geahnt, dass es Probleme gibt. Okay. Dann gehen wir halt mal hier. Gehen wir hier außen rum. So. Einmal nach unten. Und dann hier rum. Äh. Jip. Okay. Wir müssen da rüber. Hier haben wir das Loch. Allerdings haben wir bei dem Loch das Problem, dass da noch was im Weg ist. Doof. Kriegen wir aber hin. Wir müssen jetzt hier das auch noch aufmachen. Sonst funktioniert das nicht. Und dann irgendwie hier herumkommen, dass wir da hinten ankommen. Okay. Ankommen müssen wir hier. Okay. Ähm. Können wir hier einfach so unter Edelstrand langlaufen. Da darf ich nicht hin. Da darf ich, da sollte ich vor allen Dingen nicht hin. Äh. Ich muss hier irgendwie runter. Also weit genug runter, dass ich auf nichts anderes treffe. Was für Leitungsgewerge. Ist aber egal. Äh. Ich könnte es auch alles wieder im E-System machen. Ja, in der Theorie geht das. Da habt ihr recht. Will ich aber gerade nicht. Will ich aber gerade nicht. So. Bam, bam, bam. Und dann hier ran. Das war falsch. Ach komm, den einen Zipfel, den machen wir jetzt noch ab. Der ist geschenkt, der Zipfel. Und wir gehen hier hoch. Und da können wir nicht hoch. Wir können jetzt, ich muss außen rumfliegen. Oh, ich habe gar nicht auf ein Jetpack geachtet. Oh, das wäre fast hier schief. Fast wäre das schief gegangen. Okay. Dann da einmal. Schwuppdiwupp. Das Ding da ran. Äh. Crescent Hammer. Attacke. Und jetzt noch. Ihm auch die Erlaubnis geben, dass er es machen darf. Und jetzt. Bam, 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 bam. Haut er das Zeug raus. Theoretisch könnt ihr auch das. Den Sand gleich mit schieben lassen. Theoretisch. Praktisch auch. Aber nö. So, wie sieht es hier aus? Hier hat er gerade. Ziemlich viele Blätter. Die er wahrscheinlich alle noch kompostieren soll. Aber im Momentan. Er hat zu viel zu tun. Krass. Gott, da haben wir Zeug. Sugar haben wir noch. Boah. Haben wir hier einen Clay. Krass, oh Mart. Ja, Pete wird da direkt verwurschtelt. Ei, 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 okay. Äh. Geh mal her, du. Kommst ja nicht klar. Komm mal klar auf dein Leben. So, was ist jetzt hier los? Er hat jetzt hier, hat er Zeug ohne Ende. Und da immer noch nix. Nee, was läuft hier doch falsch, oder? Er ist doch richtig eingestellt. Oder? Und ich ihn schon da hinten schon Zeug rumschiebe. Nee, noch ist es hier nicht angekommen. Das braucht anscheinend gerade ein bisschen lange. Hm. Weil die anderen Dinger sind tatsächlich ausgelastet. Er jetzt gerade nicht. Er jetzt auch nicht. Eher schlecht. Wieso kommt da jetzt nichts an? Was ist da los? Ah. Ist er gerade... Ah. Ah. Ahaha. Da kommt er doch. Da ist er doch. Hallo, mein Freund. Und ich bin fast geneigt, das noch hier mit anzuschließen. An das Ding. Problem ist da nur, dass ich es mit allem anderen verbinde. Naja, wir lassen ihn jetzt erstmal so weiter ackern. Ist eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ihr noch machen könnt, ich könnte auch hier unten Orthonormus Activate das dazuschmeißen, dass er dann noch ein bisschen schneller arbeitet. Werde ich auch tun. Okay. Ja, genau. Ich wollte hier eigentlich noch mal... Da. Diamanten. Da. Bam. Okay. Bam. Einen Storage Cluster haben wir schon mal. Jetzt brauche ich noch ein paar mehr Storage Cluster. Äh. Storage. Storage. Gott. Wir brauchen noch ein paar mehr von denen. Haben wir aber momentan nicht. Wir haben nämlich von denen zu wenig. Bam. 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 28. Was fehlt jetzt? Jetzt fehlen die Storage Segments. So. Bam. Bam. Good. Storage Segments. Haben wir. Jetzt fehlt Redstone. Ernsthaft. Jetzt fehlt ein Redstone. Ich habe doch bald kein Redstone mehr, wenn das so weitergeht. Wie könnt ihr nur? Ihr klaut mir hier sämtliche Ressourcen. Ressourcen fressend ohne Ende hier. Die ganze Scheiße. So. Storage Segments. Dankeschön. Äh. Jetzt haben wir auch die Dings aufgebraucht. Äh. Storage. Storage. Guten Tag. So. Ich wollte jetzt gerne noch mehr von den Dingern bauen. Bam. Storage Cluster. Vier Stück. Es fehlt jetzt. Glowstone Dust? Oder was fehlt jetzt hier? Tatsächlich. Jetzt fehlt Glowstone Dust. Ich muss das Zeug echt mal allesamt im E-System packen lassen. Ey. Da. Glowstone Dust. Ich glaube, das werde ich demnächst mal angehen. Ich lasse, glaube ich, die Kisten hier stehen. Und alles andere lasse ich echt in seinem E-System rüberschieben. Also, jetzt geht es mir auf den Keks. Ich muss halt alles holen. Das ist für den Eimer. So. Boing. Sieben Storage. Das ist jetzt nicht so viel. Store. Storage. Okay. 5. Insgesamt. 12. Ich brauche 27 mal 360. 7 mal 321. 821 brauche ich davon. Das heißt, ich brauche mehr von den Dingern. Storage Blocks. Storage Blocks. Boing. Boing. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal einen Kilo Storage Cluster bauen können. Okay. Ich habe insgesamt schon 5. Dann könnte ich mir jetzt eigentlich auch nochmal direkt mal das erste Mega Ding bauen. Mega Storage Cluster. Okay. Okay. So. Ja. So langsam aber sicher. Und ich muss einen Terra Storage Cluster schaffen. Einen Terra Storage Cluster muss ich schaffen. Boah. Krasses Pferd. Oh. Also da haben wir was zu tun. Jetzt lassen wir ihn erstmal wieder ein bisschen ackern. Ich gucke mal was die Prozessoren dann. Ähm. E. Ne. Prozessor. Oh. Ist schon wieder alles. Alles schon wieder. Begin. Begin. Okay. Was an was fehlt ist. Fehlt am Silikon an was sonst. Ähm. Silikon. Begin. Ja. Hat er wieder eins gebaut. Das ist zu wenig mein Freund. Das ist zu wenig. Also schön das hier auch ist. Aber. Das ist zu wenig was du hier schaffst. Da muss es eigentlich schneller gehen. Aber wir haben es einfach nicht. Wir haben es halt nicht. Wir haben es halt nicht. Einmal hoch. Dann können wir mal gucken. Diligent. Wir haben eine Diligent Princess. Sehr gut. Dann können wir uns nämlich mit einer Unwary Drone zusammen eine Industrious Drone bauen. Joho. Unwary Drone war das richtig? Ich glaube schon. Ich habe eben eine Kiste mit Unwary Viechern stehen oder? Hier. Ich denke mal das hier dürfte eine reine Unwary sein. Ich gucke mal lieber nach. Erstmal lieber nachgucken. Wir haben noch einen Unwary Drone drin. Perfekt. Unwary Unwary. Perfekt. Ich muss jetzt noch mal einen Unwary Drone haben. Honey Honey Honey. Sugar Sugar Honey. Oh shit. Ist das Magic Wax? Was? So. Den Unwary Drone brauche ich. Für das Ding. Das sind doch noch 64. Let me know. Okay. Diligent. Diligent, diligent. Perfekt. Perfekt. Einmal runter. Und einmal produzieren. Diligent Princes. Unwary Viech. Hoch. Hoch sagte ich. Und hier Zeug reinwerfen. Dong dong. Phosphor. Was? In drei Teufels in den Namen kriege ich ja alles raus. Den Nutmeg kann ich auch mal reinwerfen. Rose. Ja komm. Jeder hat Kanister. Autonomous Activator. Schön. Birector Casing. Das. Item Duct. Bialyzer nicht. Den brauche ich. So. Haben wir jetzt ein Industrious Viech. Industrious Queen. Perfekt. Ich brauche einen neuen. Industrial Apiary. Erstmal was Mures braucht das Ding. Die Industrious Drone. Braucht irgendwas besonderes. Flowers. Perfekt. Braucht nichts besonderes. Einsammeln. Danke. Ich brauche einen Industrial Apiary. Ich gucke aber erst braucht noch. Er braucht noch. Honey. Geben. Wie habe ich mir unter noch Honey Drops? Honey. 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 Nur ein. Mist. Okay. Ähm. Erstmal was essen. Fällt mir ein. Bevor ich hier wieder verhungere. Lecker. 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 Das ist ja so lecker. Oh. Lecker. Okay. Das hätten wir. Als nächstes. Wollte ich jetzt gerne die Industrious Drone in ein Industrial Apiary packen. Industrial. Oh. Ich habe noch zwei. Besser geht es doch gar nicht. So. Kann ich auch die anderen. Was hat die hier noch für ein Viech? Monastic. Monastic. Die habe ich glaube ich echt noch nirgendwo untergebracht. Das ist eher schlecht. Ich gucke nochmal nach. Noble. Unwary. Meadows. Cultivated. Purple. Attuned. Erich. Charmed. Okay. Habe ich echt keine Monastic untergebracht. Wundert mich. Modest. Haben wir nix. Boggy. No Flowers. Ist natürlich schlecht, dass hier keine Flowers sind. Mö, mö, mö. Okay. Sinister sieht gut aus. Tropical sieht gut aus. Und da auch. Ich habe keine Monastic Beasts. Okay. Dann brauche ich jetzt hier mal ein bisschen mehr Platz. Ich kann auch vielleicht hintenrum noch was setzen. Also hier mal in zweiter Reihe quasi. Setze ich hier mal in zweiter Reihe was hin. Einmal. Tut mir leid. Und ich brauche Strom. Das heißt das sind Redstone Energy Conduits. Die sind aber empty. Ich brauche die vollen. Da. Bam Bam. Zwei volle Redstone Energy Conduits. Da. Bob. Bob. Ein Industrial Apiary. Und noch ein Industrial Apiary. Gut. Dann haben wir hier einmal Monastic. Das ist die Monastic Vermehrung. Na. Zwei Reihen bitte. Vermehrung. Und die. Was war das andere? Industrious. 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 Vermehrung. Okay. Done. Gut. Industrious kommt hier rein. Monastic. Was braucht Monastic? Das wäre vielleicht auch gut zu wissen. Das hätte Vorteile. So. Monastic. Weed. Ach. Da habe ich die da hinten stehen. Dann sind das die, die da hinten stehen. Äh. Quatsch mit Soße. Die habe ich hier doch stehen. Die stehen hier doch. Da. Stehen sie doch. Ich wundere mich hier gerade. Äh. Ne. Die muss da wieder rein. Monastic Drone. Wieso nimmst du die nicht? Was ist da los? Ah. Monastic steht hier. Okay. Dann kommt die Monastic hier wieder rein. Aber doch. Doch. Da fielst du mir wie Schuppen von den Augen. Gut. Dann kommt das Schild weg. Schild weg. Aber in die Industrie ist die sind gut. Ich brauche jetzt hier nochmal die drei Upgrades. Äh. 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 Upgrade. Also einmal Light Upgrade. Seal Upgrade. Und. Äh. Autumn Disting Upgrade. Auto Disting. Äh. Einmal ein Tinkers Alloge hier. Danke. Und einmal. Einen Pisten. Merci. Beaucoup. S'il vous plaît. Blablabla. Okay. So. Die kommen hier rein. Dun dun dun. Und dann sind sie hoffentlich glücklich. Ja. Sind glücklich. Gut. Da hinten fehlen Flowers. Äh. Welche Flowers brauchen die? Jetzt mal so als rein aus Interesse. Vor allem sie haben sich jetzt zehnmal vermehrt. Und dann fällt ihr auf, dass sie keine Flowers haben. Ist das euer Ernst? Was braucht ihr? Mushrooms. Die brauchen tatsächlich die Mushrooms. Mist. Okay. Rein da. Äh. Dann muss ich hier mal kurz die Mushrooms abbauen. Beziehungsweise. Das Ding hier abbauen. Wow. Braucht das lange. Das geht besser. Dann bauen wir nämlich hier runter. Und. Verbinden das hier mit irgendeiner Stromlöp, die hier in der Nähe rumflattert. Und bauen den Industrial Apiary da auf. Ähm. Strom. Hoch. Äh. Leadstone. Lead. Nicht Leadstone. Äh. Redstone Energy Conduits. Schwung. Einen guten. So. Einmal reinlegen. Wo sie hin müssen. Da. Duck. Duck. So. Und da jetzt. Diesen. Na den nicht unbedingt vielleicht. Aber den da hinten. Ja. Nehmen wir den hier. Nehmen wir den hier da weg. So. Bauen wir den ab. Da haben wir noch Platz für einen neuen. Ist auch gut. Ich habe generell noch so viele Plätze für neue Industrial Apiaries. Das ist krass. So. Und da packen wir jetzt die Boggy rein. Boggy, Boggy. Mitkommen. Dann kommt ihr hier hin, wenn euch das lieber ist. So. Boggy, Boggy. Jetzt muss ich noch die drei Upgrades rein haben. Äh. Automation Upgrades. Ich brauche ein paar Tinker's Alloy Gears. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, fünf. Dann Pistons. Piston. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann kann ich mir hier den Industrial Apiary dran bauen. Industrial Apiary. Nicht quatschen, das für Apiary nicht. Automation Upgrade. Automation Upgrade. Da. Ist es doch. Ah. Schneller. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boing. Upgrades. Upgrade. Okay. Light Upgrade. Seal Upgrade. Automation Upgrade. Schön. Allesamt da rein. Dann klacken. Dann. Und das Schild. Weil die Boggy, die sitzen jetzt nicht mehr hier drin. Du lügst. Danke. Die Boggy sitzen nämlich hier. So. Boggy, Boggy, Boggy. Äh. Nicht die Schilder wegwerfen. Hallo. Brauche ich noch. Boggy. Wer. Me. Oh. Done. Gut. Die Industrials, die vermehren sich jetzt hier. Das ist gut. Sie arbeiten. Ein bisschen langsam, aber sie arbeiten. Boggy. Jetzt hatte ich hier noch Marshy und Damp. Richtig. Marshy Princess. Ich habe sogar eine Marshy Queen. Kann ich die da hinten einfach hinstellen? Was braucht denn die Marshy Queen? Was brauchst du? Lieb. Werte. Marshy und Damp. Aber das ist eine Mischung. Das ist eher schlecht. Ich brauche schon eine Reihenformen. Marshy und Marshy. Sind das beides Reihenformen? Marshy, Marshy. Danke. Marshy, Marshy. Okay. Das sind die beiden Reihenformen. Die brauchen... Marshy... Die Marshy brauchen auch Marshy. Ach Mann. Ähm. Wenn ich denn hier hinstelle, ist das in der Reichweite. Fragen über Fragen. Probieren wir es nochmal. Wenn ich es hier hinstelle, haben wir da ja theoretisch... Theoretisch haben wir da ja Mushrooms. Die Frage ist, ob das von der Entfernung her reicht. Probieren wir es mal. Marshy, Marshy. Gucken wir mal, was er dazu sagt. Okay. Die Queen hier, die packe ich doch mal ganz... Ach nee, die, doch die Queen, die packe ich mir hier rein und gucken, ob da auch DNA extrahiert werden kann. Und die Marshy auch. Scheiß drauf. Äh, kurz mal nach unten. Wie sieht es mit dem DNA aus? Funktioniert das? Da ist ja noch bei der Kalt-Evated-Drone dabei. Mh, 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 mh. Schwupp. Bin gespannt, ob das mit der Queen funktioniert. Digi, digi, digi. Okay, Boggy funktioniert schon mal. Sehr gut. Hier, was sagst du? Sagst du was oder sagst du nichts? Du bist zufrieden. Okay, also es funktioniert. Jetzt bräuchte ich dir die drei Upgrades reinpacken, wie immer. Digi, digi, digi. Seal Upgrade. Muss ich noch ein paar bauen, wenn ich es richtig habe. Sieht gut aus. Äh, Glas. Okay, Glasblock. Bom, bom. Machen wir mal 34. Wunderbar. Was habe ich da jetzt gerade verbraucht? Äh, Seal Upgrades. Ach, jetzt habe ich die, die Upgrade-Frames verbraucht. Bom, 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 bom. Haben wir ein bisschen Nachschub. Seal Upgrades. Okay, ich brauche Upgrades. Upgrade. Einmal Seal. Einmal Light. Und einmal Automation. So. Passt. Soweit. Kommt hier rein. Dang, dang, dang. Äh, Shield kriegen sie noch. Weil das hier ja die Marschiff... Vermehrung ist. So. Noch mehr Bienen. Ja, Bienen ohne Ende. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft. Der Grand Skies. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wird ihr mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Tschau. Tschau. Tschau.